Setzen Sie ein. Wann hast du ihm geantwortet? Wie bist du ihm begegnet? Kannst du diese Frage beantworten? Zeig es mir bitte. Siehst du ihn oft? Schämt ihr euch nicht? Ich rate dir von diesem Geschäft ab. Du fehlst mir. Er rächte sich an ihr. Er wünschte ihr alles Gute. Wem nützt es eigentlich? Was fällt dir ein? Die Parteien verhandelten über ihn. Brauchst du seine Hilfe? Er trauerte um sie. Sie trafen sie bei ihm. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen ihn. Er konnte es ihr nicht verzeihen. Glaubt er ihr nicht? Er hielt sie fest. Es ist am besten gegen die Erkältung. Er dachte immerzu an sie. Er folgte ihr ein wenig. Vertraust du ihm? Er antwortet ihr. Er entschied sie für sie. Er antwortet ihr. Untertitelung des ZDF, 2020